werden? Nein. Oder soll ich Keymake alles geben, was ich habe? Keymake alles geben, was du alles? Das ist beides beschissen. Ja, schon so ein bisschen. Wir warten den Krieg einfach ab. Einfach weiterlaufen lassen. Oh ja. Irgendwann beendet ihr sie alleine. Hallo. Im Jahr 1999. Nee, du hörst irgendwann automatisch auf zu kämpfen. Und alles erobert ist zu lange. Peter hat einfach keine Ahnung in dem Spiel. Ich mag mal was so hart, wie er keinen Plan hat. Rivalen beleidigen. Weißt du, meine Rivalen? Samaniten? Kann ich Samaniten beleidigen? Nee. Ach komm schon, schon wieder. Soll ich schon eine zweite oder dritte Komete nicht hab? Lebst du in einer gefährlichen Region, oder? Liefelwesend. Meine Mutter bin er nicht positiv. So, meine Kamerung noch irgendwie, ja. Wenn ich einen Tributstaat von einem Landangreifen kommt da ein Lehnzahn mit rein aber nicht die Verbündeten des Lehnzahn, oder? Kommt drauf an, ich glaube, probiert heißt bei dir vielleicht noch nicht, aber kann man schon vorstellen, dass die rufen können Das wäre so ein bisschen kacke Darf ich das mal ausprobieren, wenn wir laden, wenn es schief geht? Wir laden eh gleich wieder Weil ich ein anderes Land nehmen muss Dann kann man das dann mal ausprobieren So, wieviel haben die jetzt nochmal? Das sollte man mal merken Da haben wir so ...underdreißigtausend Da sind wir grad weit weg Hoffentlich Hm Oh, wir gehen schon, dass das mal endet Wird aber auch Zeit, dass dieses Rad endet Ja, das ist so schön Gut, da sind wir meine Gruppen völlig ohne Grund Äh, meine Truppen völlig ohne Grund Und dann haben wir alle nach da drüben So, jetzt machen wir Wissensteilung annehmen Das funktioniert hoffentlich nicht Nee, okay So, aber kaum drauf Klar, wie die Samaniten Samaniten erfolgreich angeht Hier alles wird ein Scheißig Gibt es hier überhaupt noch eh was gewesen? Ja Können sie nicht ausdenken Ja 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 so mal ein paar Marktwitzer aufwerten so mal ein paar Marktwitzer Das ist ein neues Plan. ich hatte sowieso kein trocken ich versuche jetzt einfach mal herauszufinden was passiert wenn ich also wir haben insgesamt noch beziehungsweise diese maniden vorzugsweise haben doch ungefähr 80.000 aber schon was ich viel besetzt jetzt habe ich natürlich keine truppen nach da drüben geschoben wie dumm wie ich bin ich habe auch nicht aufgepasst wie viele schiffe die haben aber durch mehr schiffe weiß ich wie sieht es denn aus darf ich da drüber laufen ich darf da drüber laufen ich darf nicht mehr so ist ich darf nicht mehr so ist das sind meine generäle die haben noch ihre hauptstadt also die haben da drüben gar nicht mehr ja dann dauert es glaube ich nie so lang und deren truppen sollten alle bei den samaniden oben sein haben wir den krieg weiter laufen lassen ich habe hier so eine kriegsklinge verloren ich habe hier so eine kriegsklinge verloren ich lasse mal laufen, so lang geht ja, das passt schon alles weiter machen nur nicht müde werden das ist ganz schnell passiert niemals kapitulieren, niemals aufgeben das sind die somaniden die sind nicht meine feinde gerade so 6,8 so 6,8 ohja da lege ich meine aggressive expansion bzw. Hilfe nicht nach oben packt anerobert sehr gut wo wir mal anpacken können auch nicht ok, schicke ich gleich mal drüber irgendwie so gelangweilt darüber rum steht die so ein bisschen aufgeteilt sind in meinem bereich vielleicht auch solche rebellen da können wir was wir machen hier da gibt es ja auch was von dazu fahren dagegen doch der gesellschaft ich glaube allzu lang geht der krieg jetzt nicht mehr ja das ist eigentlich nicht so schlimm ich bin schon massiv am gewinnen gut früher war weiter so lange du kannst das passt schon einfach weitermachen Wie im Leben heißt der gescheit. Wenn man nach dem Selbstmordversuch aufwacht, einfach weitermachen. Wer kennt's nicht? So ist Peter auch in den Rollstuhl gekommen. Aber bitte, Luxusmodell, ja. Ist das, wo die Schnüre dran sind, wo du dann ziehen musst, wenn du auch stehen kannst? Oh, Dänemark macht Krieg mit deinen Nachbarn, Dänemark, Dänemark. Nee, also ja, Bajamaland. So, ich will mal kurz Pause machen, bevor das neue Jahr anfängt, müssen wir hier schon mal... Ah, das ist auch so rief. So, ja, das ist auch schon. Und eine Klicksoperation. Und weiter. Und weiter. So, ja. 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 Wie viele? Äh, 10. 20. Boah. Schwer zu sagen. Ähm. Warte mal. Kann ich das nicht woanders sehen? Nee. Nee. In ihrem Land sind nämlich gar keine. Ja, also hier sind noch sehr viele, also... Ja, bestimmt 40. Ja, die müssten irgendwo richtig viel haben. Ähm. Oh, 40 bestimmt. Was ich jetzt hier so sehe. Sind alle noch nicht hier, ne? 20, 30. 70. Äh, sie ist nicht. 70. Äh, sie sind sogar 80. Ja, wo die hinkommen. Das heißt, wir ganzen Truppen sind oben bei dir. Ja. Wunderbare Sachen. Kortoba fördert schon Zumpf, nicht zu pissen. So, das muss ich jetzt mal kurz Frieden verhandeln. So, das muss ich meine Nationalisten. So, Karma, wir haben alles von dir oben. Du hast noch Druck, aber wie liegt das? Ich hab gar nicht fest, wie sieht das aus? Komische KI. Was ist denn da scheiße hier, wie sieht das aus? Ich darf mich aber nix nehmen. Ja, weil der noch so viele Truppen hat, oder? Nee, weil die aggressive Expansion schon wieder so viel ist. Ach so. Na gut. Der Rest ist easy. Ich weiß was, die lassen einfach noch ein bisschen abklingen. Die müssen sie einfach noch nicht weiterlaufen lassen. Ich mein. Pff. Die Truppen sind ja eh beweisbar. Doch, ja. Aber wenn sie kommen, wirst du schon sehen. Ja, müssen wir bis zum Ende des Jahres weg bleiben. Oh, das könnte klappen. Ich meine, wer das tut, sollten wir alle setzen. Ich meine, es sind nur zwei gestorben. Es ist nur andere gestorben, wenn man den Hut bekommt. Jetzt ist drei. Was das in Kohlen kostet, ne? Diese Scheiße hier zu fördern. Jetzt sind ja erstaunlich lange Gegentagen, muss ich sagen. Ja.